Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Niederkassel. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.100 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.